Oh, die arme Arya kann einem fast leid tun. Hört endlich auf. Habe ich dir etwa erlaubt, mit uns zu reden, du Abschaum? Spiel gefälligst mit, damit ich meinen psychischen Stress an dir ablassen kann, du ekelhafte Scheißkuh! Jeden Tag denke ich immer nur ans Sterben. Du bist eine tragische, unglückliche Seele. Deshalb erhältst du von unserer Seite ein Präsent in Form einer Zauberwaffe. Du beseitigst einfach jeden Schandfleck, den du findest. Jedoch solltest du es auch nicht übertreiben. Außer uns sind noch andere auf die Magical Girls-Zeit gestoßen. Die Fälle, in denen Magical Girls eine nach der anderen getötet wurden, häuften sich. Von keinem der Tatorte verschwanden Wertgegenstände, sondern lediglich die Zauberwaffen der jeweiligen Magical Girls. Ich wollte einfach nur am Leben bleiben! Der 11. August um 19.23 Uhr, an diesem Tag, ereignet sich der Tempest. Ein Sturm, ein Unwetter. Was ist damit gemein?